Der Skandal um die Vetternwirtschaft bei Robert Habeck spitzt sich immer mehr zu und letzte Woche konnte Habeck gerade so den Rauschmiss eines Staatssekretärs gereichend verhindern. Aber anstatt aus seinen Fehlern zu leeren und jetzt reinen Tisch zu machen, wird Habeck immer weiter in den Sumpf hineingezogen. Jetzt kam nämlich heraus, dass der nächste Staatsminister tief in den Sumpf der Vetternwirtschaft verwickelt ist. Der Fokus berichtete, zweiter Staatssekretär bringt Habeck in Erklärungsnot. Es geht um Staatssekretär Philipp. So ist Philipp zuständig für Digitalpolitik und die deutsche Startup-Szene, verantwortet unter anderem die Startup-Strategie der Bundesregierung mit milliardenschweren Förderprogrammen, betätigt sich aber nach Recherchen des Business-Headers zugleich als Business-Angel bei Startup. Also dieser Staatssekretär fördert junge Unternehmen mit Steuergeldern, an denen er eventuell selber beteiligt ist. Also das ist schon ziemlich krass. Julia Knöckler von der CDU moniert, wenn jemand Entscheidungen im Ministerium vorbereitet, bei deren Umsetzung er selbst finanziell mittelbar oder unmittelbar profitiert, dann geht das nicht. Die Bürger werden dann künftig jede Entscheidung hinterfragen, zu wessen Wohle sie getroffen worden ist. Es gibt hier keine höhere oder entlastende Moral, nur weil es die Grünen und die Energiefragen geht. Tja, also meine lieben Zuschauer, an dieser Stelle haben wir wirklich ein sehr großes Problem. Weil auf der einen Seite wollen wir ja immer fachkompetente Politiker. Also keine Politiker, die gerade ihr Studium abgebrochen haben und noch nie gearbeitet haben, sondern Politiker, die in ihrem Bereich schon viele Jahre arbeiten und dort Erfahrung gesammelt haben und dann ganz genau wissen, wovon sie sprechen. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch Politiker, die selber nicht in diesem Bereich verstrickt sind und dann auf Kosten des Steuerzahlers profitieren. Also ein sehr schmaler Grat. Und dieser Staatssekretär ist Business Angel. Das heißt, er finanziert also junge Firmen und Startups. Er hat also offenbar Ahnung von dem, was er macht. Also genau das, was wir ja wollen. Aber auf der anderen Seite profitiert er mit seinen Investments eventuell auf Kosten des Steuerzahlers, wenn er zufällig seine eigenen Firmen fördert. Tja, und das Problem dabei ist, dass dieser Philipp zu diesen ganzen Vorwürfen einfach schweigt. Der Vogel schreibt weiter, Philipp unterstützt Firmen durch stille Einlagen, Kredite und offene Beteiligungen, wie er den Bericht zufolge auf Anfrage einräumt. Um welche Firmen es sich handeln, dazu schweigt er. Tja, und genau das ist das Problem und deswegen wird es jetzt einen weiteren Skandal für Habeck geben. Weil erneut versucht die Habeck-Sippe, alles zu verheimlichen und unter den Tisch zu kehren. Und genau das führt ja dann zu den Spekulationen, zu Unmut, zu Frust und auch einem massiven Vertrauensverlust. Ich meine, niemand verlangt ja von Staatssekretär Philipp, dass er alle seine Beteiligungen und Fonds auflöst, um Gottes Willen. Aber auf jeden Fall muss er die ganzen Sachen jetzt öffentlich benennen, wenn er nämlich selber als Staatssekretär dafür verantwortlich ist. Weil nur dann kann nämlich wirklich jeder, also sowohl die Politiker als auch die Öffentlichkeit sehen, ob Philipp jetzt zum Beispiel seine eigenen Firmen fördert und sich damit am deutschen Steuerzahler bereichert oder ob er das nicht macht und wirklich einen ganz soliden Job macht. Deswegen muss er die Sachen offenlegen. Und jetzt muss man natürlich noch fragen, wie hätte man denn diese Zwickmühle verhindern können? Tja, eventuell hätte man ja jemanden nehmen sollen, der selber schon mal Unternehmen gegründet hat und diese dann erfolgreich wieder verkauft hat. Weil dann hätte man nämlich jemanden, der genügend Erfahrung in diesem Bereich hat, aber nicht mehr von der aktuellen Politik in diesem Bereich betroffen wird. Tja, aber dafür bräuchte man bei den Grünen ja jemanden, der Ahnung von Unternehmertum und Ahnung von Arbeit hat. Aber das fällt ja selbst unserem Insolvenzminister Habeck schwierig. Also schauen wir mal, ob jetzt für diesen Staatssekretär Philipp eine Lösung gefunden wird oder ob diese zusätzliche Affäre jetzt Habeck endgültig zu Fall bringt. Soviel, dann stimmen wir mal, ob es политisch passiert. Soviel, dann sei es, oder?